Weggelaufen, rausgelaufen. Und des Abwaschens. Verstehst du? Deswegen ein bisschen Abwasch von zu Hause weggelaufen. Nein, es ist ein bisschen komplizierter. Ich habe generell ein Problem mit Geschirr. Was ist das denn? Ich bin von zu Hause weggelaufen, weil ich ein Ritter werden möchte. Zu Hause meinen Sie, ich könnte niemals ein Ritter werden? Für die bin ich nur zum Spülen und Strom gemacht. Das ist einfach ungerecht! Die kühne Ritterzeit. Was für ein Bits.